Ich stelle dir kurz fünf Fragen und du antwortest auch kurz, was dir spontan dazu einfällt. Der Weg von Freiburg nach Dortmund ist? Lang. Die Nummer 20 bedeutet für dich? Nicht viel. Der Signali Duna Park ist? Das Herz der Stadt. Der Titel mit der U21? Ist mein größtes Erfolgserlebnis. Dein erstes Tor beim BVB? Unbeschreiblich.